Ja, ich habe gedacht, dass wir heute uns Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen, auf sein Kreuz und wie Johannes uns von seinem letzten Weg erzählt. Und ja, lasst uns doch das Johannes-Evangelium aufschlagen, Kapitel 18. Wir steigen ein in Vers 28. Sie führen nun Jesus von Caiphas in das Praetorium. Jesus, von dem Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt, dass er das Ebenbild des lebendigen Gottes ist, der schon vor Anbeginn der Zeit da war, der ewige Sohn Gottes, der durch den alles geschaffen ist und auf den hin alles geschaffen ist. Er lässt sich führen. Er ist gefangen genommen worden. Er hat sich nicht gesträubt. Er hat sich gefangen nehmen lassen. Er lässt sich führen. Er ist kein Revoluzzer. Er begehrt nicht auf. Er wehrt sich nicht. Er lässt sich mitnehmen. Kaiphas, der hohe Priester zu dieser Zeit. Er hatte in einer Nacht- und Nebelaktion den Hohen Rat zusammengerufen, wobei nicht alle dann anwesend waren. Es war kein rechtsgültiges Verfahren. Im Endeffekt ging es auch nicht darum, ihn jetzt entsprechend der jüdischen Autonomiegesetze zu verurteilen, sondern es wurde beschlossen, ihn den Römern auszuliefern, dem römischen Stadthalter, um eine Verurteilung durch den römischen Stadthalter zu erreichen. Nein, die Gesetze, die Möglichkeiten, die der Hohe Rat hatte, sahen eben nicht vor, dass sie die Todesstrafe durchführen konnten. Sie wollten aber Jesus unbedingt aus dem Weg schaffen. Und so führten sie ihn zum Praetorium, zu dem, der die Herrschaft inne hatte und auch über Tod und Leben entscheiden konnte. Sie hätten ihn vielleicht auch steinigen können, sozusagen als eine illegale Aktion, wie sie es mit Stephanus gemacht haben. Haben sie aber nicht. Und im Endeffekt haben sie mit diesem Weg, den sie gegangen sind, letztendlich in so vielfältiger Weise das erfüllt, was Gott vorausgesagt hat, was Gott geplant hatte, ohne es zu wissen. Wie Jesus schon ziemlich am Anfang des Johannes-Evangeliums sagt, so wie die Ehrenschlange erhöht wurde, an einen Stab wurde eine eiserne Schlange von Mose hergestellt und aufgerichtet im Lager Israels. Und diejenigen, die auf diese Schlange geschaut haben, die dieses Rettungsangebot Gottes angenommen haben, sie wurden gerettet von dieser schlimmen, tödlichen Schlangenplage, von diesen Schlangenbissen. So sagt Jesus, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Er muss sozusagen sichtbar aufgerichtet werden und die Kreuzigung an sich war ja ein Zeichen der Schande. Ein Mensch wurde erhöht, um ihn dem Spott preiszugeben, um ihn sozusagen als Anschauungsobjekt auszustellen, als abschreckendes Beispiel. Ja, schaut euch diesen Verbrecher an, schaut euch an, wie es ihm ergeht, in seinem Aufruhr, in seiner Rebellion, gegen uns Römer. Nehmt euch ein Beispiel daran und fürchtet uns. Aber Gott hat dieses Aufrichten, diese Erhöhung zu etwas ganz anderem genutzt. Zu einem Beispiel, zu dem man aufschaut, ein Kreuz, zu dem man aufschaut. Aber das war nur den Römern vorbehalten. Deswegen bringen sie Jesus zum Praetorium. Es war aber früh morgens. Wahrscheinlich war die Sonne noch gar nicht aufgegangen. Fünf Uhr morgens. Und sie gingen nicht hinein in das Praetorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamal essen konnten. Ein etwas merkwürdiger Vers, worüber sich die Gelehrten viel gestritten haben. Denn wir wissen ja aus den anderen Evangelien, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert hat, das Passamalamm gegessen hat an dem Abend zuvor, woraus das Abendmahl seinen Ursprung hat. Ich will jetzt gar nicht so tief darin einsteigen, in die ganze Materie. Es ist sehr verwirrend und sehr, ja, es gibt da verschiedene Theorien, wie das hier zu deuten ist. Erstmal ist das Passafest ja angenabelt an das Fest der ungesäuerten Brote, das eine ganze Woche lang ging. Darüber hinaus, also das heißt, dass hier, wenn hier Passa steht, tatsächlich vielleicht auch, dass die ungesäuerten Brote gemeint sind. Auch der erste Tag dieser sieben Tage der ungesäuerten Brote hatte tatsächlich auch, da gab es noch ein besonderes Opfer, was da gebracht wurde, am Anfang dieser Woche. Das findet man im dritten Buch Mose, Kapitel 23 erklärt. Wir lassen das jetzt links liegen und sehen aber, dass die Priester, der hohe Priester, die priesterliche Familie, dass sie sich nicht verunreinigen wollten, indem sie Gemeinschaft mit einem Heiden haben, unter ein heidnisches Dach kehren, aber einen unschuldigen Menschen dem Tod auszuliefern, da hatten sie keine Probleme mit. Und wir sehen hier also die Scheinheiligkeit und auch die zweierlei Maß sozusagen, wie hier gemessen wird. Jesus hat es gesagt, ihr siebt die Mücken raus, aber verschluckt Kamele. Das ist das, was wir hier sehen. Jesus hat uns immer wieder darauf verwiesen, auf die wesentlichen Dinge und das sind die zehn Worte, womit wir uns befassen, das sind die wesentlichen Dinge, die stimmen sollen. Das Herz soll stimmen, das Herz soll rein sein. Wir müssen und sollen uns reinigen von der Sünde, die unser Herz beherrscht und bestimmt und nicht eine religiöse Frömmigkeit, einen äußeren Schein wahren, der am Ende nicht in die Tiefe geht. Das ist Gott verhasst. Wir gehen weiter, 29. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklange bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Das ist ja auch eine Logik. Pilatus ist schon jemand, der im römischen Recht geschult ist. Er war jetzt nicht unbedingt jemand, der eine weiße Weste hatte, wenn man das so will. Er war ein Politiker, mit allen Wassern gewaschen. Und er konnte auch unglaublich brutal sein, was wir so aus der Geschichte von ihm wissen. Er war kein Heiliger. Aber dennoch lebte er in dem römischen Rechtssystem und da war die Frage, was gibt es hier für eine Anklage? Aber die Spannung zwischen Hohem Rat, Hohen Priestern, den jüdischen Leitern, dem Judentum und den römischen Herrschern, das war nicht immer alles eitel Sonnenschein. Klar, sie haben auch irgendwie zusammengearbeitet, aber irgendwie gab es auch immer eine Spannung, die in der Luft lag. Und der Hohe Rat, sie wollen hier gar nicht große Erklärungen bringen. Sie sagen, hier ist doch klar, wenn wir dir jemanden hier überliefern, dann ist das einer, der Rom antastet. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Ein Stück weit hatte Pilatus auch keine Lust, sich damit zu befassen, gerade am frühen Morgen. Da sprachen die Juden und hier finden wir häufiger den Begriff die Juden und damit sind nicht einfach alle Juden nach rassischen oder nach völkischen oder nach Religionszugehörigkeit zu verstehen, wie es dann in der Geschichte gerne gemacht wurde, sondern es hier sozusagen die die diejenigen, die die Juden politisch, religiös vertreten oder anführen. Es ist die die Leitung der Juden, die damit gemeint ist. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten und Johannes fügt hier ein, damit das Wort Jesu erfüllt wurde, dass er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Davon habe ich eben gesprochen. Pilatus ging nun wieder hinein in das Praetorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Das war die zentrale Frage für einen römischen Stadthalter. Bist du einer, der sich aufschwingen will, die Herrschaft über die Juden aufzurichten? Bist du ein Messias an Wärter? Bist du jemand, der uns gefährlich werden will, der einen Aufstand anführen will? Siehst du dich selbst als so einen? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben die andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden, und hier sind wie gesagt die Führer, die Anführer der Juden gemeint, damit ich den Juden nicht überliefert würde. jetzt jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, weil Gottes Reich nicht etwas ist, was du mit Schwert erringen kannst. als Petrus Jesus verteidigen wollte, als er gefangen genommen wurde, hat Jesus gesagt, steck das Schwert wieder zurück. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir hier kämpfen. Die Herrschaft Christi ist nicht eine Herrschaft durch Gewalt, sondern es ist eine Herrschaft, die ganz anders ist. Es ist ein geistliches Reich. Dass es ein geistliches Reich ist, heißt nicht, dass es nicht sichtbar ist. Die Herrschaft Christi ist sichtbar in denjenigen, die er regiert. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden, damit er Herr über uns ist. Das steht in Römer 14. Ganz wichtiger Vers. Römer 14 steht Vers 9 Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht, sowohl über Tote als auch über Lebende. Er ist ein König. Er regiert, aber seine Regentschaft ist so anders, als die Regentschaft der Könige und der Mächtigen in dieser Welt. Jesus hat gesagt, die Herrscher dieser Welt, sie halten ihre Völker nieder mit Gewalt. Sie unterdrücken sie, sie saugen sie aufs, sie haben ihre Macht Mittel, auch in der Demokratie. Da läuft es dann eher auf der Ebene von Manipulation, von schönen Versprechungen. Aber im Endeffekt regieren die Regenten dadurch, dass sie Gewalt ausüben. Jesus sagt, ich aber, mein Reich ist ein anderes Reich. Ich bin nicht gekommen, damit mir gedient wird, sondern dass ich diene und mein Leben hingebe als Lösegeld für viele. Und seine Regentschaft ist die Regentschaft oder die Herrschaft durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe regiert diejenigen, die an ihn glauben, die ihm folgen, die ihm gehören, die ihn als Herrn annehmen. seine Hingabe am Kreuz macht ihn zum König und lässt ihn regieren und seine Regentschaft ist so anders als die Regentschaft der Könige dieser Welt. Da sagt Pilatus zu ihm Vers 37 also bist du doch ein König. Jesus antwortete du sagst es dass ich ein König bin und man kann nicht so genau sagen wie die Betonung hier ist. Sagt er du sagst es dass ich ein König bin oder sagt er du sagst es dass ich ein König bin aber er sagt jetzt weiter ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe jeder der aus der Wahrheit ist hört meine Stimme also ich bin die Wahrheit ich bin ein Zeuge für die Wahrheit ich bezeuge die Wahrheit ich rede die Wahrheit ich bin das Licht der Welt sagt Jesus ich leuchte hinein in das Leben in diese Welt hinein ich leuchte hinein in das Leben der Menschen und durch dieses Licht wird offenbar was in ihnen ist Jesus hat gesagt wenn ihr in meinem Wort bleibt dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen was ist diese Wahrheit für die Jesus Zeugnis gibt die Wahrheit ist wir sind Sünder wir sind beherrscht von der Sünde wir leben nicht unter der Herrschaft Gottes als Menschen sondern wir leben unter der Herrschaft der Sünde unter der Herrschaft des rebellischen Geistes nicht so wie du willst Gott sondern wie ich will und selbst da wo wir Gottes Wort kennenlernen und lieben lernen und denken ja eigentlich ist es doch gar nicht schlecht was Gott hier sagt in seinem Wort Mensch die zehn Worte das ist doch gut wie Paulus in Römer 7 sagt aber ich merke selbst wenn ich intellektuell irgendwie von meinem Verständnis sage ja das sind doch gute Gebote gute Anordnungen gute Gesetze das ist doch eine gute Ordnung Mensch eigentlich ist doch Gott gut es ist trotzdem eine Kraft in mir die ich nicht überwunden überwinden kann die mich dazu treibt darüber hinweg zu gehen und zu sagen aber nee irgendwie ist es anders doch besser irgendwie kann ich mir doch ein besseres Leben verschaffen wenn ich diese Ordnung entsprenge wenn ich über diese Grenzen hinweg trete wenn ich meinen eigenen Weg gehe Jesus ist gekommen und diese Wahrheit hat er bezeugt er hat in die Menschen hineingeleuchtet die Frau am Brunnen na ja fünf Männer hast du gehabt und den mit dem du jetzt zusammen lebst ist gar nicht dein Mann da hast recht gesagt dass du keinen Mann hast Jesus wusste was in den Menschen ist Gott sieht hinein in unser Herz und er offenbart es uns in seiner Gegenwart spüren wir merken wir dass wir unrein sind Petrus hat das so empfunden als er erkannt hat gespürt hat gemerkt hat wer da vor ihm steht als er diesen großen Fischfang gemacht hat er ist niedergefallen und hat gesagt Herr ich bin ein Sünder geh von mir ich kann keine Gemeinschaft mit dir haben aber Jesus er deckt nicht nur auf er bringt die Dinge nicht nur ins Licht die Wahrheit ist auch dass er gekommen ist und er bezeugt diese Wahrheit dass Gott diese verlorene sündige Welt liebt und dass er die Sünder aus der Herrschaft der Sünde befreien will da geht es um die ganze Geschichte die wir gelesen haben in Exodus Auszug aus Ägypten Befreiung aus der Sklaverei das Bild was Gott dadurch geschaffen hat was sich manifestiert im Passalam genau das ist Jesus er ist das Passalam das geschlachtet wird um uns aus der Herrschaft der Sünde aus der Herrschaft der Finsternis zu befreien das ist die Wahrheit die frei macht wenn wir ins Licht treten und erkennen bekennen dass wir Sünder sind und unter der Herrschaft der Sünde stehen und glauben dass Jesus gekommen ist um uns von dieser Herrschaft der Sünde zu befreien dass sein Opfer uns reinigt von all unserer Sünde dass wir Vergebung empfangen durch sein Kreuz ja aber noch mehr dass er uns herausreißt aus der Herrschaft der Finsternis dass er unser neuer Herr ist der durch seinen Geist in unseren Herzen regiert das ist seine Regentschaft er ist König in Wahrheit durch die Wahrheit er gibt für die Wahrheit Zeugnis dazu ist er geboren dazu ist er in die Welt gekommen jeder der aus der Wahrheit ist hört meine Stimme meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir Pilatus aber ist nicht einer seiner Schafe er ist der Stadthalter der römische Stadthalter er hat die Herrschaft in der Hand er denkt dass er regiert dass er die Macht hat über Leben und Tod und er hat nur Spott übrig was ist Wahrheit und als er dies gesagt hatte ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen ich finde keinerlei Schuld an ihm es ist aber ein Brauch bei euch dass ich euch an dem Passer einen losgebe wollt ihr nun dass ich euch den König der Juden losgebe da schrien sie wieder alle und sagten nicht diesen sondern den Barabbas Barabbas aber war ein Räuber wahrscheinlich sogar eher ein Terrorist ein Zerlot ein Widerstandskämpfer da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln ausbeitschen obwohl er überhaupt noch gar nicht verurteilt war obwohl Pilatus keine Schuld an ihm gefunden hat warum hat er das gemacht ganz genau steht es hier nicht es ist viel Grausamkeit auch in der Zeit gewesen viel Grausamkeit unter den Römern unter den römischen Soldaten ein Menschenleben zählte nicht viel in der Ideologie der Römer schon gar nicht ein Menschenleben von Nicht-Römern Das was wir kennen was uns bekannt ist über all die Jahre die Menschenwürde die Würde des Menschen ist unantastbar ein Menschenleben ist so wichtig und wertvoll das kannst du nicht einfach so wegschmeißen ist ja dass nichts selbstverständliches auch in unserer Zeit ist es nicht selbstverständlich selbst wo versucht wird die Menschenrechte als Recht sozusagen zu etablieren auf dieser ganzen Erde es ist nichts selbstverständliches und die Herrschenden in der ganzen Welt sie drehen es immer wieder so zurecht wie sie es gerne haben wollen Pilatus lässt Jesus ausbeitschen brutal heftig es gehört mit zu den Leiden Christi zu seinen Leiden die er getragen hat für uns schuldlos ausgepeitscht und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpur Gewand um und sie kamen zu ihm und sagten sei gegrüßt König der Juden und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht sie machen sich lustig über einen Menschen der ja als König der Juden von dem es heißt dass er der König der Juden ist aber er hat überhaupt keine Macht er hat keine Kraft sich zu wehren er wehrt sich nicht wo sind deine Soldaten wo ist deine Macht lass es doch mal kämpfen du großer König eine furchtbare Verhöhnung und Verspottung und Pilatus macht mit in dem Ganzen Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen siehe ich führe ihn zu euch heraus damit ihr erkennt dass ich keinerlei Schuld an ihm finde Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpur Gewand und er spricht zu ihnen siehe der Mensch weiß nicht ob Pilatus sich im Klaren war was er da gesagt hat als Gott den Menschen am Anfang geschaffen hat da hat er ihn als die Krone der Schöpfung geschaffen als den König über seine Schöpfung und er hat ihn auch als König eingesetzt du sollst herrschen über diese Erde und Pilatus einer dieser Herren dieser Welt er präsentiert uns den Menschen den König schau ihn dir an den König und in Jesus steht da der sündige Mensch der sündige Adam er nimmt seine Gestalt an er tritt auf als der König und es ist furchtbar es ist grausam du siehst ihn seine Krone ist eine Dornenkrone Dornen und Disteln wird dir der Erdboden wachsen lassen im Schweiße deines Angesichts wirst du ihn beackern und dann wirst du zu Staub werden die Folge der Sünde in deinem Leben dass du dich abgewandt hast von deinem Schöpfer das ist aus dir geworden du mächtiger König ein elende Spottgestalt das wunderbare in diesem Bild ist aber dass es der Sohn Gottes ist der diese Position einnimmt es ist nicht Adam der da steht es ist nicht ich der da steht sondern es ist Jesus der reine gerechte Sohn Gottes der meine meine Position dort einnimmt er lässt sich verhöhnen er lässt sich verspotten er trägt die Dornenkrone und das Spottgewand und das Schmerzen als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen schrien sie und sagten kreuzige kreuzige ihn vollende das bring es zu Ende treib es noch weiter das reicht nicht diese Verhöhnung reicht nicht es muss noch eine Stufe weiter es muss noch mehr es muss noch weiter gehen Pilatus spricht zu ihnen nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn denn ich finde keine Schuld an ihm er will sich die Hände nicht schmutzig machen er möchte nicht die Verantwortung dafür übernehmen anstatt dass er sagt ich spreche ihn frei hat Pilatus nicht gemacht da so viel Druck da so viel Dampf im Kessel macht ihr es doch die Juden antworteten ihm wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat als Pilatus dieses Wort hörte fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder hinein in das Praetorium und sprich zu Jesus woher bist du Jesus aber gab ihm keine Antwort da spricht Pilatus zu ihm redest du nicht mit mir weißt du nicht dass ich Macht habe dich loszugeben und Macht habe dich zu kreuzigen Jesus antwortete du hättest keinerlei Macht über mich wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre Jesus ist in dieser Phase unter den größten Schmerzen dennoch voll ungebrochenem Gottvertrauen und voller Gewissheit dass Gott alles unter Kontrolle hat Gott hat dir diese Macht gegeben du bist nicht stark und mächtig du bist Pilatus selber Jesus trägt auch die Schuld des Pilatus er ist ja auch nur einfach ein sterblicher Mensch aber Gott hat dir Macht gegeben so wie wir es gelehrt bekommen die Obrigkeit ist von Gott es ist von Gott eingesetzt und er hat diese Macht von Gott empfangen darum hat der welcher mich dir überliefert hat größere Sünde daraufhin suchte Pilatus ihn loszugeben irgendwie hat ihm das gefallen irgendwie hat ihm das nochmal irgendwie Respekt eingeflößt oder keine Ahnung irgendwas hat das in ihm ausgelöst er wollte doch nochmal einen Versuch machen irgendwie die Sache mit Jesus so rum zu biegen dass das Schlimmste verhindert wird die Juden aber schrien und sagten wenn du diesen losgibst bist du des Kaisers Freund nicht denn jeder der sich selbst zum König macht widersetzt sich dem Kaiser und das war das schlagende Argument in dem Moment hat er gemerkt wenn ich hier jetzt denen nicht zu wählen bin die schicken zum Kaiser Augustus hin oder zum wer ist da jetzt muss ich mal überlegen ne Tiberias war es die schicken zum Kaiser hin und die verklagen mich und dann kriege ich richtig Ärger das lasse ich lieber da ist mir meine Macht doch irgendwie wichtiger als nun Pilatus diese Worte hörte führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort genannt Steinpflaster auf Hebräisch aber Gabater es war aber Rüsttag des Passa es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden siehe euer König sie aber schrien weg weg kreuzige ihn Pilatus spricht zu ihnen euren König soll ich kreuzigen die hohen Priester antworteten wir haben keinen König außer dem Kaiser dann nun lieferte er ihn an sie aus dass er gekreuzigt wurde sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte genannt Schädelstätte die auf Hebräisch Golgatha heißt wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite Jesus aber in der Mitte Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz es war aber geschrieben Jesus der Nazorea der König der Juden diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden denn die Stätte wo Jesus gekreuzigt wurde war nahe bei der Stadt und es war geschrieben auf Hebräisch Lateinisch und Griechisch die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus schreibe nicht der König der Juden sondern dass jener gesagt hat ich bin König der Juden Pilatus antwortete was ich geschrieben habe habe ich geschrieben die hohen Priester wollen sich distanzieren Jesus ist nicht unser König und das sollte doch bitte schön klargestellt werden für die Römer war es aber ja geradezu auch eine Art von Verachtung hier hängt ist eure Königs Herrschaft so gehen wir damit um wir sind Herr darüber und Pilatus lässt sich nicht reinreden ist mir egal ihm war es auch nicht so wichtig damit hat er aber im Endeffekt das erfüllt was Gott wie Gott die ganze Sache gesehen hat ja er ist tatsächlich euer König das ist der Messias das ist der König das ist der Christus die Soldaten nun nahmen als sie Jesus gekreuzigt hatten seine Kleider und machten vier Teile einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand das Untergewand aber war ohne Naht von oben an durch webt da sprachen sie zueinander lasst es uns nicht zerreißen sondern darum losen wessen es sein soll damit die Schrift erfüllt wurde die spricht sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das los geworfen die Soldaten und und haben getan meint die haben das getan weil sie da vorher mal den Psalm 22 gelesen haben das haben sie so gemacht weil sie so drauf waren das haben sie wahrscheinlich mit vielen der gekreuzigten gemacht sie haben gespielt darum sie haben über den der noch gar nicht tot war haben sie seine Sachen genommen und haben sie untereinander verteilt Jesus hing am Kreuz ziemlich nackt ob ganz nackt oder nur mit einem Höschen sozusagen ich weiß es nicht aber es ist schlimm genug und wir wir haben uns angewöhnt in unserer Gesellschaft über 100 Jahre das nackt sein ja gar nicht so was schlimmes ist aber für Menschen in der damaligen Zeit war es schon schlimm genug nur mit Möschen präsentiert zu werden und dann eben wie gesagt in der ganzen Entstellung ganzen Kleider beraubt und jetzt entstellt präsentiert zu werden Scham und Schande und für mich ist es auch immer wieder wie gesagt dieses Zusammenspiel vom ersten Buch Mose vom Anfang wo wir sehen dass der Mensch nackt war und sich nicht schämte warum nicht weil keine Sünde in ihm war Aber als die Sünde hineinkam schämten sie sich und sie versteckten sich sie fühlten sich angreifbar sie 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 machten sich ja irgendwie mit Feigenblättern verbargen sie sich ihre Scham da wo sie am verletzlichsten waren da wo eigentlich die Vereinigung zwischen Mann und Frau stattfindet die Einheit in der Liebe wo sich körperlich das ereignet wozu Gott den Menschen geschaffen hat nämlich zwei werden eins mit Gott werden sie zusammen ein Bild der Dreieinigkeit Gottes die Frucht Gottes aus der Liebe heraus aber das ist zerstört und so verbergen sie sich und Gott kommt ihnen entgegen in seiner Gnade diesem Schamgefühl dieser Schuld die sie mit sich rumtragen er schafft ihnen Leibröcke aus Fell und bekleidet sie damit sie nicht nackt umherrennen müssen aber der Sohn Gottes er wird ausgezogen und nackt präsentiert und zwar mit auseinandergerissenen Armen er kann sich seine Scham nicht verbergen wenn du so auseinandergerissen wirst wie grausam wie furchtbar und dann hängt er dort und wir kennen die verschiedenen Berichte und hier ist es ein bestimmter Aspekt den Johannes in Erinnerung behalten hat weil es ihn persönlich betraf es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger den er liebte dabei stehen spricht er zu seiner Mutter Frau siehe dein Sohn dann spricht er zu dem Jünger siehe deine Mutter und von jener Stunde annahm der Jünger sie zu sich auch in seinem Sterben kümmert er sich um die Seinen und er hatte eine Verantwortung als ältester Sohn der Familie für seine Mutter und seine Mutter würde noch etwas älter werden und brauchte Versorgung als Witwe und so hat er Johannes beauftragt kümmert du dich um meine Mutter und Mutter kümmert du dich um Johannes danach da Jesus wusste dass alles schon vollbracht war spricht er damit die Schrift erfüllt würde mich dürstet stand da ein Gefäß voll Essig sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund als nun Jesus den Essig genommen hatte sprach er es ist verbracht damit er diesen Schluss Ruf sprechen kann braucht er nochmal eine Stärkung und er wird getränkt und er kann es aussprechen dieses letzte Wort hier es ist vollbracht ein herrliches Wort es ist das Wort eines Marathon Läufers der die Ziellinie überquert es ist der Jubel es ist nicht dass die Aussage eines Menschen der verloren hat nein es ist die Aussage eines Menschen der gewonnen hat das ist das krasse was wir Sonntag uns vor Augen geführt haben in seiner größten Schwäche in seiner größten Niederlage hat Gott den größten Sieger es ist vollbracht was ist vollbracht das Wort heißt auch es ist vollendet das Leiden das Leiden für die Sünden der Menschen für die Sünde der Menschen es ist vollendet es ist vervollständigt all unsere unser Versagen er hat es in seinem gerechten Leben er hat sein Leben gerecht gelebt vor Gott bis zum Ende er ist in der Liebe zu seinen Jüngern geblieben und zu der ganzen Welt geblieben er ist im Gehorsam geblieben bis zuletzt obwohl es ihn alles gekostet hat er hat den Lauf vollendet er hat Glauben gehalten er hat das Ziel erreicht die Erlösung der Menschheit ja er hat es erfüllt er hat das Gesetz erfüllt er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt er hat die Opfer Forderungen erfüllt er hat das allgenugsame Opfer gebracht wodurch unsere Sünde gesühnt ist er hat alle Voraussagen der Propheten wo Gott den Menschen und insbesondere dem Volk Israel prophezeit hat vorausgesagt hat die Erlösung den Erlöser er hat es vollbracht das ganze Werk wozu er ausgesandt war er hat die Schuld bezahlt vollständig bezahlt die Schulden sind beglichen er hat den Preis vollständig bezahlt um uns freizukaufen aus der Herrschaft der Finsternis es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist er hat gesagt niemand kann mir das Leben nehmen der Sünde sollt ist der Tod aber Jesus hat nie gesündigt deswegen hätte er nicht sterben müssen aber er hat den Geist den Lebensgeist ausgehaucht und hat sein Leben übergeben losgelassen um das zu vollenden um sein Leben in den Tod zu geben um den Sollt der Sünde ganz zu bezahlen übergibt er hier den Geist Er hat es vollbracht in der größten Schwachheit wie Paulus dann auch in 2. Korinther 12 Vers 9 sagt und damit schließen wir jetzt gehen zum Abend mal über Gott hat zu mir gesagt ich habe in meiner Not zum Herrn geschrieben dreimal habe ich gebetet und Gott hat gesagt meine Gnade genügt dir denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung in der Schwachheit ist es vollbracht wird es vollendet und dann sagt Paulus sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen damit die Kraft Christi bei mir wohnt deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten oder Krankheiten an Misshandlungen an Nöten an Verfolgungen an Ängsten und Christi Willen denn wenn ich schwach bin dann bin ich stark dann wird der Sieg vollkommen ausfallen auch in meinem Leben ja lass uns zum Abend mal übergehen